Marcial Manuel Pina Morales ist ein ehemaliger spanischer Fußballspieler. Karriere Der Mittelfeldspieler spielte von 1964 bis 1966 für den FC Elche. 1966 wechselte er zu Espanyol Barcelona nach weiteren drei Jahren zum Lokalrivalen FC Barcelona. Mit dem FC Barcelona gewann er 1971 den spanischen Pokal und den Messepokal. In der Saison 1973-74 holte man sich die spanische Meisterschaft, Pina wurde dabei Zweiter der Torschützenliste hinter Quinny. 1977 verließ er Barcelona und wechselte zu Atletico Madrid, wo er 1980 seine Karriere beendete. Für die spanische Nationalmannschaft bestritt er zwischen 1966 und 1975 15 Spiele. Erfolge Spanische Meisterschaft Spanischer Pokal Messepokal Spanische Meisterschaft